Hallo und herzlich willkommen zurück im Weltraum verloren mit Kegs und Crow. Was heißt hier verloren? Wir sind nicht verloren. Wir wollen den Plan. Da steht Raumschiff Selbstdiagnose. Warp an Treibstoff aufgebraucht. Suche nach Treibstoffquelle. Suche, Suche. Gefunden. Warum findet ihr eigentlich alles in 16, 16, 16? Ist das irgendwie ein verschlüsselter Vinercode? Ich weiß nicht. Das ist die 42 des Spiels hier. Achso, okay. Orientierungshilfe akzeptiert, das ist schön. Plane Router. Okay, wohin? Na, da hinten hin. Auf dem Weg dorthin. Können wir Gold und Silber noch mitnehmen, ha? Naja, ich jump da jetzt gleich hin. Wenn mich das Spiel gelassen würde. Ich schaue auch mal, ob ich meinen Weg freimachen kann. Oh, da gibt es Gamma-Wurzeln. Was auf dem Planeten? Und aktiviertes Kupfer. Aktiviertes Kupfer. Und Uran. Uran. Uran war doch hier für... Für den Hyperraumantrieb. Nee, nee, für die Startdüsen. Für die Startdüsen. Ja, für die Startdüsen. Wo man normalerweise hinter den Brachten... Das wäre cool, wenn man da was von mitnehmen könnte. Dann folgen wir euch mal. Keks, ich lande gleich auf dir. Ja, ja, mach das. Das ist ein... Ja, was auch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Der Einser zieht sich ziemlich lang. Null. So, willkommen auf einem... Auf Pondhag. Hier ist besonders radioaktiv. Ja, ich sehe es. Mal schauen, wo wir hier Uran herkriegen. So. Er ist enorm thermonokular. Ja, es ist so ein sehr interessanter Planet. Ich gehe mal da her. So. Da, aus dem Ferit-Staub gibt es. Aus den Ferit-Staub gibt es Uran. Okay. Und hier ist schon wieder eine Drohne bei mir. Kann ja sein. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte. Ist das Reisender? Ist das Freund? Tag. Jetzt ist schon wieder eine neue Sprache. Wir sind jetzt bei dem Gag. Ähm, was ist ersteres? Gut, dann weiß ich schon mal, was ich auswählen muss. Ich setze mich derweil noch mal ins Raumschiff. Das ist mir zu knusprig. Ne, ich beeile mich ja schon. Ich nehme an, da kann wieder nur immer einer reden, gell? Ich bin durch, du nix der kann. Gehst du Keks? Ne, mach du. Ich sammle hier gerade Uran ein. Oh, ein, äh, ein T-Rex-ähnliches. Was auch immer. Ich scanne mal die Vögel. Du hast Vögel? Warte, oh. Wenn er sich scannen lassen will, oder? Ja, doch, geht. Ne, bei mir wollen sie gerade nicht. Warte, einmal weg, das hilft oft. Und noch einmal drauf. Binokanon kriege ich. Ich kriege da keiner. Ja gut, gehen wir kurz mal ins Raumschiff. Dein Biber-ähnliches Wesen. So, finde den Mysteriösen-Überbringer. Begib dich in den Weltraum. Ach so, okay. Oh, ich glaube, wir haben gerade einen Radon, äh, Ura, Erd. Radioaktiven Sturm, Entschuldigung. Hm. Ganz schnell ins Raumschiff. Ach, noch geht's? Nein, geht nicht. Crow ist fertig? Ja, Crow fertig. Ja, dann. Okay. Okay, das gibt nur Natrium. Oh, also das Uran ist gut. Also, wir sollten was mitnehmen, auch wenn es natürlich hier radioaktiv ist. Mhm. Hm. Wolltest du noch mehr Uran sammeln, oder? Mh, ein bisschen würde ich gerne sammeln. Mhm. Genau. Oh, das ist ja niedlich, das Vieh. Das meinte Keks wohl vorher. Ist das süß. Ein verlassenes Objekt. Hm. Was bist du für ein komisches kleines Vieh? Und du? Ich habe schon. Ja, ja. Uran, gut. Was bist du? Ah, schnell zurück ins Raumschiff. Ja, immer rechtzeitig zurück, gell? Und ein radioaktiver Sturm kommt gerade. Ich höre es, ja. Ich bin doch schon im Schiff. So. Ich habe eine Warpzelle. Das ist nett. Die brauchen wir jetzt noch. Du meinst, wir sollten uns noch eine, äh, äh, eine fertig machen. Ne, ich habe eine bekommen. Wo? Ich habe irgendeine bekommen. Ich habe irgendeine bekommen. Und ich habe noch. Doch. Aber meine Vitah war die ganze Zeit voll. Aus den Steinen kriegst du das. Ah, okay. Kriegst du das raus. Mh, Ah, aber im Schiff. Hier ist nur so ein zweiter T-Rex aufgetaucht. Oder was es auch immer ist. So. Oh, uran, was ist das? Ich wollte so viele uranen, boi, gar nicht Ach komm, das uran, das kann ich mir auch schenken Dann bastle ich mir lieber hier, dieses Treibstoff Ja, wie's wollt, ich hab genug von mir aus Wer hat von diesem T-Rex angegriffen, ich muss weg Der T-Rex weiß, dass du böse bist Na gut, dann können wir abheben Wo müssen wir denn hin? Wir müssen erstmal in den Weltraum Finde den mysteriös und vergib dich in den Weltraum Also begeben wir uns nach oben So Hier sind seltsame Kräfte am Werk, mir wurden Nachrichten hinterlassen Brotkrummen, die mich auf einen Weg führen Soll ich nach Antworten suchen? Äh, natürlich wollen wir die untersuchen, oder? Äh, 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 äh Suche nach Antworten Ich sag mal einfach nix Wieso? Also ich würd' sagen, wir suchen nach Antworten, oder? Ja, sag mal Suche nach Antworten Ja, ja, wir suchen nach Antworten Das ist aber bei mir schon wieder auf die andere Quest rüber gesprungen Ähm, hallo? Genau, hallo ist das richtige Wort Okay, eine Weltraumanomalie Was dann? Es ist groß, es ist plötzlich vor mir und ich find' den Eingang nicht Seine Bohrkugel Äh Nein, ist es nicht Nein, aber ich sag's nicht, was das ist Hat jeder seine eigene Kugel? Scheinbar Was macht man jetzt damit? Einen Eingang suchen Oh, oh, ich hab ihn Das Ding hat einen Eingang, du musst es nur finden Naja, ich bin schon drin Natürlich, find ich nicht Ah doch da Sind wir sicher, dass wir da rein wollen? Ja Na gut Wir haben doch gesagt, wir wollen da rein Widerstand ist zwecklos Sie werden assimiliert werden Hm Ähm, die Tür ist zu Ich find den Eingang nicht Ich hab Probleme? Hm Ich muss mal eben weg Okay Okay, ist egal Wie viele sind es Es ist ja nur eins, oder? Okay 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 Okay, ich muss mehr Aliens entdecken Mhm Und ihr? Ich werde gerade verfolgt Von wem? Von Piraten vermutlich Oh je Also ich flieg mal zur Raumstation Boah Ja, ich werde auch von hier Boah Mhm Ich versuche dir mal zu helfen Schau mal Oder willst du einfach abdanken? Oder willst du einfach abdanken? Nein, hab ich nicht vor Da sind ein paar mehr Da sind ein paar mehr Ich würde da einfach mal abhauen Ja, was bringt was, Lan? Ich kann ja nicht abdanken, die in meiner Nähe sind Einfach immer geradeaus wegfliegen Gas geben Okay Versucht dir mal zu helfen Schau mal Also es soll nur ein Kampfschiff hinter mir her sein Und jetzt? Leck Jetzt habe ich es nämlich auch zerschossen Sehr gut, dankeschön Da ist noch ein zweites Ich glaube, es ist ein zweites Oder ist das da, Anu? Nee, das ist noch ein anderes Nee, ich habe noch ein feindliches Schiff in der Nähe Ja, ich werde auch gerade von irgendwas angriffen Ich sehe es aber nicht Hä? Wo bist denn du? Da Oh, ich habe wohl Ich sehe hier auch ihre Alte Okay Ich hasse diese Kämpfe Wie schon immer Hm Ja Im Moment scheint es an mir dran zu sein Ja, ja, ich bin hinter ihm her Wir sind beide hinter ihm her Ja Und da ist es Sehr schön, Crow Huch, was zeig ich jetzt? Ich habe Deuterium gekriegt Ja, von dem Schiff So, darf ich jetzt endlich in die Anomalie Ach du warst da gar nicht drin? Ich bin gar nicht hingekommen, ich bin geangriffen worden Also besser gesagt, ich habe den Eingang nicht gleich gefunden Okay Dann hatte ich noch so lange die Entdeckungen hoch Ja, das sollten wir auch ab und zu mal machen Irgendwo musst du einen Eingang haben, das weiß ich Oh, da sind Transporter, ich fliege da mal hin Mhm Mhm Bist du da einger? Nein Ach NU Was? Feindlicher Scan entdeckt Ach, jetzt ist Crow dran Feindliche Schiffe nähern sich Ja, warte, ich komme dir zu Hilfe Wo ist er denn? Crow, wo bist du? So Kann ich denn das Ding markieren? Er markiert selber immer wieder Was ist denn hier los? Das ist eh fast hin Oh Problem ist dass ich auch fast hin bin Ja ich auch Verfolgt es jetzt noch irgendwen? Ja ja mich verfolgt noch was Ja den Asteroiden Da schießt ja gerade einer von euch auf mich Nein Schießt ihr noch auf das was mich verfolgt? Ich weiß gerade nicht was dich verfolgt Das ist mein Problem Das was im Kreis fliegt Weil ich fliege hier auch im Kreis Das ist der Keks Ich fliege hier im Kreis Ihr folgt Und mir folgt irgendwas Ah Das war gerade nicht gut Das war da neben Das war da neben Ja nicht durch die Asteroiden Könnt ihr mir das mal bitte abnehmen hier? Ja ich muss weg Ja Irgendwas ist gerade explodiert Ja es ist weg okay Äh hier sind auf einmal ganz viele Schiffe Greifen die an? Nein oder? Nein die haben uns gerade geholfen Dann ist ihr gut Ich bin gerade mal in Richtung Station unterwegs Ich in Richtung der Wohnmobil Ich werde immer noch von irgendwas verfolgt Und ich sehe es einfach nicht Ich werde von irgendwas beschossen Okay So Ich werde jetzt noch einmal zu dir da Ah Ah Hm Es ist doch Ich komme nicht von dem Ding weg Auch nicht wenn du auf die Raumstation gehst? Ja Naja 16 Minuten war ich zur Raumstation Okay Wo finde ich diesen blöden Eingang von diesem blöden Ding da? Kannst du versuchen um meine Richtung zu kommen? Äh Wenn ich jetzt umdrehe sterbe ich Das Problem ist dass ich jetzt Ich könnte versuchen in großen Kreis zu fliegen Aber seid ihr Ich weiß aber auch nicht wo deine Richtung ist Ja ja so ist gut so ist gut Nimm mal das da Nimm mal das da Ahhhh Wär ist schon einfach gewesen Ähm Wenn es dich antreift, sag Bescheid Oder ist es immer noch unter mir her Ist es immer noch unter dir her Okay Dann flieg ich einfach immer so weiter Dann chillst du gleich wieder voll Ist das mein Schild voll? Ist das mein Schild voll? 16 Okay Hui was war das denn? Reicht Träfst du einfach nicht Jetzt Komm schon Er ist tot Ähm Hä? Einfach verschwunden oder was? Ne explodiert Na gut So Das chromatische Metall kommt aber wo wir jetzt Deuterium 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 Ist da noch was? Keine beiden Sterne Und jetzt suchen wir die zwei wieder Äh ich flieg grad Richtung Frachter und ich hab auch schon wieder was an den Hafen Okay Ich sehe es Aber ich hoffe ich bin gleich da, dass ich da drücken kann Äh da unten ist eine Markierung, da ist Kicks Da ist ein Gelber zwischen euch Ich versuche ihn gerade anzugreifen Wir kommen aber nicht näher, das ist mein Problem Und ich kann dich abbremsen, ich hab gar nicht das gleiche Problem wie du Äh Flieg zum Frachter Das Problem ist, dass der sich halt nicht wehrt Nein, aber ich kann doch vielleicht landen Das ist Dann landen wir noch einfach alle auf der Frachter Äh, wenn ich den Landepunkt finde Du bist dran vorbei geflogen Was? Am Landepunkt? Ja, der ist hier auf der oberseite Guck mal wo ich bin Ja, auf der anderen Seite ist der Da oben ist er, glaub ich, oder? So, ich lande Äh Nie, ich wurde eingesaugt Nie, ich auch Na gut, dann holen wir uns hier mal ein paar E-Kontakte Gäh 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 Gahann? Ja? Was treibst du da schon wieder? Ähm Nicht rein kommen So, ich wollte euch bei den Zuschauern. Ja, sicher. Ja, ja, natürlich. Vorne. Dann überfliegt mich. Was? Ich bin da gerade längst gelaufen. Ach so, sehe ich doch nicht. So eine kleine Ameise. Gib dir gleich mal Ameise, du Roboter Hirn. Ach, der Prachter kostet so 13 Millionen. Der hier? Ja, ja. Nett. Die Bruchbode. Nein. Die Bruchbode hier. Was wird denn hier noch geschossen? Naja, den Pilaten, den ich mitgenommen habe. Aha. Ich glaube, hier drin sind wir in Sicherheit. Werden wir sehen. Also das Objekt ist in Gebrauch. Entschuldigung. Macht nichts. Sieht man das von da? Also man sieht da zig Raumschiffe rumfliegen. Ja, das heißt auspusten und schnell weg. Das ist ja auch nur ein Klasse-B-Frachter. Ja, wenn, dann wollen wir gleich ein Klasse-A. S. Warte mal, S. S? Okay. Ja. Was dir sonst noch wünschen? Ja. Ja. Ich fliege jetzt mal zur Raumstation. Irgendein Frachter wäre schon okay. Ah, Flo ist fertig. Mhm. Okay. Ja, klar. Schau mal. Ich will da irgendwie nicht raus. Ich bin schon weg. Wie viel wollt ihr bei euch? 13 Millionen. 8,8 Millionen. Was? Was hast du gemacht? Nix. Bei mir will er nur 8,8 Millionen. Ja, das macht's irgendwie auch nicht besser. Nein, wir haben's nicht. Okay, Danu geht einkaufen. Wo mischen wir jetzt hier? Keine Ahnung. Einfach da in der Mitte wieder runter, wenn du raus willst. War noch nicht auf dem Frachter. Ich auch noch nicht. Da hinten gab's noch einen Frachter, wo da war nichts drin. Na doch. Da gibt's was zum Durchsuchen. Echt? Ja. Ist die hier? Ja, da brauch ich meinen Atlas-Bass. Voll Licht aus, aber keiner sieht, dass wir klauen. Sehr gut. Ich glaube da nach vorne, oder? Äh, da? Äh, so? Vielleicht da nicht. Da nicht? Okay. Hier. Ah, da. Wollen wir wirklich starten? Ich weiß nicht, aber Keks ist ja schon weg. Ich bin schon weg. Außerdem stehst du mir in eine Einflugsschneise. Kannst du ja drüberfliegen. Ich kann auch durchfliegen. Dann mach das mal. Wohin bist du jetzt, Keks? Auf die Raumstation. Okay. Oh. Jetzt war mein Crow im Weg. Oh. Und ich werd schon gleich wieder angegriffen. Oh. Da ist ein Crow. Nee, wo ist der Crow? Da. Ja. Ja. Ich versuche ihn gerade anzugreifen. Okay. Okay. Oh. Bist du da? Bist du? Oh. Missionen kann man hier oben annehmen. Aha. Das war offensichtlich ein Gag. Crow. Okay, wieso? Weil sich das Ansehen gerade verschlechtert hat, wie wir den abgeschossen haben. Aha, aber die Raumschiffe erzählen wieder für alle, oder wie? Die was? Die gehielten Raumschiffe. Bremsen. Kämpft du da schon wieder? Nein. Ich bin auf der Raumschiffe. Okay. Ich bin hinter dir und ich werd diesmal nicht beschossen. Okay, vielleicht klang nur so. Bei mir hat sich aber der Ruf nicht verschlechtert. Ja, wahrscheinlich hab ich ihn abgeschossen. Ich hab ja mit drauf gefeuert. Keine Ahnung, wer den letzten Schuss hatte. So. Endlich wieder Ruhe. Ich will mal die Weltraummeerschweinchen begrüßen. Welchen Weltraummeerschweinchen? Ich. Achso, gut. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.